Eine Legende feiert Geburtstag, Lothar Matthäus wird stolze 60 Jahre. Was hat uns unser Lodder in den vergangenen Jahren doch für schöne Schlagzeilen beschert. Als Profifußballer wird er berühmt, Sprüche wie, wir dürfen jetzt nur nicht den Sand in den Kopf stecken, machen ihn unvergesslich. Aber auch sein Privatleben schafft es immer wieder in die Boulevardmedien. Fünf Ehefrauen, vier Kinder, der Fußballexperte hat eine bewegte Vergangenheit. Auch sein jüngster Sohn, der aus seiner aktuellen Ehe mit der 27 Jahre jüngeren Russin Anastasia hervorgeht, will sich die Gelegenheit nicht nehmen lassen, seinem Vater zu dessen Ehrentag zu gratulieren. Mama Anastasia postet jetzt ein rührendes Foto ihres Sprösslings auf Instagram. Darauf hält der sechsjährige Milan stolz einen üppigen Blumenstrauß in der Hand, den er seinem berühmten Vater überreichen will. Happy Birthday, Papa, schreibt die 32-Jährige zu dem niedlichen Schnappschuss. Uns fällt auf, die Gesichtszüge des kleinen Milans erinnern stark an Vater Lothar, aber auch die Gene seiner schönen Mama scheinen dem sechsjährigen in die Wiege gelegt. Wie würde unser Geburtstagskind sagen? I hope we have a little bit lucky!